Bei Instruktörer Suvius gibt es vor Beginn den ersten Unterschied von 10er zu 25er. Im 25er benötigt ihr zwingend einen Priester, welcher mit Gedankenkontrolle die Reservisten übernimmt. Im 10er stehen euch hier Kugeln zur Kontrolle bereit. Wie also beschrieben, wird hier der Boss nicht von einem Spielercharakter, sondern von seinen übernommenen Ads selbst getankt. Zu Beginn des Kampfes übernimmt also ein Priester einen Reservisten oder ein anderer im 10er per Kugel und tankt mit diesem den Boss. Nutzt direkt zu Anfang die Knochenbarriere und haltet diese auf Cooldown. Spottet direkt den Boss ab. Der Spot hält 20 Sekunden an und hat gleichzeitig eine Abklingzeit von 20 Sekunden. Dadurch könnt ihr eigentlich die Aggro nicht verlieren. Die letzte Fähigkeit ist der Blutstoß, welcher Schaden verursacht. Haltet alle Fähigkeiten auf Abklingzeit, dann kann nichts passieren. Alle anderen freien Ads werden von euren Tanks übernommen. Alle Schadensausteiler fokussieren hier nur den Boss, da die überlebenden Ads nach dem Kampf verschwinden. Eure Heiler kümmern sich primär sowohl um eure Tanks als auch um den tankenden Reservisten. Zwischendrin bekommt der Raid durch unterbrechender Schrei Schaden und ein zufälliger Spieler erleidet durch gezacktes Messer Schaden über Zeit, was auch gegen Gehalt werden muss. Je nach Heal Output könnt ihr Rasuvius mit einem oder zwei übernommenen Ads spielen.